Hallo und Herzlich Willkommen bei Labbadia123 Viel Spaß mit dem Video und genießt es! Es ist fertig. Gott sei Dank. So, wir nehmen das Auto. Wir fahren... Wir fahren... Ich würde mal sagen... Dies oder der andere... Das Symbol machen wir das Spiel. Wir machen jetzt noch eine schöne Dias-Mission. Und dann... Wunderbar. So... Abfahrt. Aber endlich geschafft. Dann kann der Kolonel nach gefühlt 10 Jahren mal stolz sein. Das ist aber auch... Ganz ehrlich... Ich meine, klar, wenn man den Dreh raus hat, okay. Aber... Das ist schon... Schwierig. Muss ich wirklich mal sagen. So... Das übliche Spiel. Wir kürzen hier ab. Und einmal hier rum. Jawoll! Alle... Alle klar, wo? Und... Ja... Die Baustelle wird sie gleich wieder... Laden, denke ich mal. Dass die kaputt ist. Moment, ich muss mal kurz eine Runde drehen. Entschuldigung. So, die Baustelle wird sie jetzt laden. Ja! Weil das ist ja nämlich schon abgeschlossen. Und ja... So... Wow, 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 wow. Chillig. Ganz chillig. Ähm... Gute Kameraperspektive. Okay. Wir gehen hoch. Zum... Dias. Und zwar... Die nächste Mission lautet... Angebot und Nachfrage. Ja. Ist nicht so. Bauer. Ich schwör. Wie bitte. Wäste? transfersiert. Ich kann 100 mehr kaufen. Jetzt, Tommy... Each month, ein Freelancer sails in Vice City in Mawis' sajata. Das ist der Tag der erste Herkse. Ich will Sie take unseren Speedboat... und beat all the other shitheads to it, then you bring the cargo here, okay? Wie hat er grad die knarre gehalten? Begebt ihr zum schnellsten Boot am Pier. Falsche Richtung, soo. Da sollen wir uns hinbegeben, okay. Da sollen wir hin, okay, machen wir. Sei vor den anderen Booten bei der Jacht. Aber ich fahr jetzt richtig. Das Problem ist halt wie der Copyright gerade, da war Mucke. Das musste ich wahrscheinlich wieder ändern. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, kommen wir hier nicht durch? Nö, wir kommen nicht durch. Kommen wir hier drüber! Nein. Dann bin ich natürlich falsch gefahren. Oder kommen wir hier noch rum? Kommen wir hier rum? Kommen wir hier rum? Ja. Jawoll, jawoll, jawoll. Da lang, da lang, da lang, da lang. Jawoll. Okay, wir sind da, das ist gut. Das ist gut. Wir sind jetzt erst da. Gott sei Dank. Zieh die Boote aus der... Oh Gott, ich schon wieder schießen. Boah! 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 Ich kann nicht ziehen! Jawoll! Boah! Ich kann nicht ziehen! Jawoll! Jawoll! Der ist ausgenockt. Und er bleibt stehen. Jawoll, danke. Okay. Wo? Wo? Wo ist die Mann? Die Mann ganz schön jetzt. Ja, wo ist die Mann? Die Mann ganz schön jetzt. jawoll ausgenockt war wenn du bei ordentlich fahrt wird es letzter klappt aber auch das muss doch jetzt sein da ist schon die villa oder ja da ist die villa das sieht gut aus minimal geschafft jawoll ja gott sei dank super stimmt lans vans dance of the rest 10.000 südamerikanische freunde social club achievement und achievement generell ok so wir fahren speichern alter hier ist ordentlich was los bei diaz ok diaz wird hier angezeigt entweder wir kriegen einen anruf oder mal gucken kann ich abkürzen ja vorausgesetzt tommy bricht sie nicht die beine so ok warum ist hier wasser sound rockstar beziehungsweise großzicht games das ist doch ein weg hier nehmen warum macht man da wasser sound warum ich mein klar die definitive edition ist nicht bug frei aber warum leute ach manometer ey gut ok ich nehm aber nicht unseren wagen ich nehm den guten alten infernus so wir fahren speichern und denn mal gucken entweder bei dem verrückten dude oder es bietet sich gleich per telefon oder irgendwas an keine ahnung so ab zum hotel oh gott woooooooh verdammt wärmstern tschuldigung naja guck mal der stern war nur kurz da das interessiert den kopf überhaupt nicht das auch nicht das auch nicht das auch nicht das auch nicht wow alter nein tut mir leid die leitungen sind belegt tut mir leid vielen dank so wir fahren hier rum dann glaube ich rechts rum ja jawoll so eingeparkt und wir kriegen natürlich einen anruf und wenn wir sagen wir geben eine leitung yo Tommy, es ist Lance yeah oh, nice to hear from you, Lance come on man, be cool, be cool I'm in the middle of something, what do you want? nothing just to say, you know, look Tommy we can do this thing, you and me, no problem you know what I mean we're going to have to do it cause otherwise, we're going to be dead, Lance we're in too far now but thanks for the call speak to you later oooooookayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy kurios gut wir gehen mal rein oye, no tell ok, I don't believe a word nein, ich filme kein neues, man mieten ich will einfach nur speichern wunderbar Judy, da würd ich mal sagen, es war heute mal tatsächlich mal ein kurzes Session aber Aber trotz zwei Missionen sind wir da ordentlich vorangekommen. Gut, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal ins Telefon. Malibu Club. Ken Paul. Und damit wir das nicht nochmal hören, beim nächsten Mal lieber nochmal speichern, weil ich will nicht nochmal Ken Paul hören. Okay. Gut, das war es auf alle Fälle. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine größere Session, aber heute ist es leider ein bisschen schwierig. Deswegen verabschiede ich mich schon mal und sage Autolubbing, tu das, was du tun willst und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.